Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Wumpus, Pilotwirus 3. Wir machen weiter mit Endkampf in Arabana. Arabana ist aber nicht... Alabastia. Das war dann... Das war da, wo das Casino war, oder? Bestimmt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Okay, gucken wir mal. Besiege innerhalb der Zeit. Besiege mit Zoro, besiege mit Janji. Bin sogar so gezwungen, das noch öfters mal durchzuspielen. Das war irgendwie klar. Aha. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay. Mach mal, mach erstmal weiter. Oh, wir hätten jetzt Nami. Das ist natürlich beschissen, denn ich hab nicht genug... Oder? Nein. Das kotzt mich jetzt an. Oh. Wisst ihr, diese scheiß Schatzdinge kotzen mich an. Wir nehmen mal Zoro oder Sanji. Wen hab ich im letzten Part genommen? Ruffy. Und im Part davor? Sanji. Komm, dann nehmen wir Zoro. Oh, ich hätte aber gerne jetzt Nami genommen eigentlich. Gibt's nix mit Nami? Och, nix mit Nami und Chopper. Ist doch scheiße. Egal, komm, dann nehmen wir Zoro. Top geschissen. Oh, das kotzt mich jetzt schon an. Ich hätte nämlich gern mit Nami gespielt. Aber vielleicht nachher. Oh, ich hab's nicht gespielt. Oh, ich hab's nicht gespielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt gehen wir, ihr euch! Mr. 2 Bonkre! Mr. 2? Das ist Mr. 2 Bonkre. Wirklich, dass wir uns nicht verletzten. Wenn wir diese Kraft nutzen können, dann werden wir nicht verletzten. Nein, ich würde sagen, dass ich das Glück hatte. Ich würde sagen, dass es ein Problem ist. Ich würde sagen, dass es ein Problem ist. Warum? Es ist ein Krieg, oder? Aber es bedeutet eigentlich, dass es ein Problem ist. Ich würde sagen, dass es ein Problem ist. Nein, Bibi? Das ist cool, oder? Ja, das ist auch gut. Es ist auch gut. Es ist gut, also bitte. Das Problem ist nicht da. Das ist gut. Wenn ich mich ein wenigstens fühle, dann kann ich mich mit dem Schrauben zeigen. Das muss man sein. Okay. Okay, auf jeden Fall, wenn es etwas passiert ist, das hier der左ere Hände ist... ...Akama-Sirrsch! Dann... ...weil aufstehen! Der Kroco-Dial ist der Kroco-Dial-Kroco-Dial-Kroco. Ich bin ein Kampferberatung. Ich bin ein Kampferberatung für den Krokodil. Ich bin ein Kampferberatung für die Krokodil. Ich glaube Münzen habe ich alle benutzt bei Zorro, ja. Okay. Besiege innerhalb des Zeitlimits und besiege mit Zorro. Also Mr. One glaube ich war es, oder? Ich glaube Mr. One hieß der. Ihr wisst schon, der einzige Afro-Amerikaner da. Den haben wir jetzt alles. Oh wir hätten Nami auch im Team. Okay dann will ich Nami jetzt auch ein bisschen testen. Okay, das ist die Partie. Heute wird dieser国istische Utopia sein. Ach ja, die Rebellen sind ja auch noch da. Muss ich gegen die aber kämpfen? Ich glaube nicht. Aber die Barockfirma sieht nicht anders aus als die Piraten, die davor da waren. Okay. Ach, die Marine. Na das war knapp. Ja da ist Chopper. So jetzt, ich will Nami testen. Okay. Schon wieder Tashiki. Okay. Jetzt hat sie das schon wieder geblockt, die blöde Kuh. Jetzt aber. Nashiki, du bist so hartnäckig. Ich sag nochmal. Aua. Aua. Jetzt Tashiki machen, Abgang. Wo ist denn die hin? Jetzt muss ich aber Tashiki mal aufbekommen. Ja. Geht doch. So da ist noch da hinten einer von der Barockfirma. Du Pissnäckige. Du Pissnäckige. Wer ist denn das Frage... Wer ist denn das Frage... Mr. Tres aufgetauscht. Okay, warte mal. Da drin ist aber noch einer. Da drin ist aber noch einer. Da drin ist aber noch einer. Wer hat angefangen, Smoker anzugreifen. Wer hat angefangen, Smoker anzugreifen. Okay. Mr. Tres ist auch besiegt. Jetzt gehe ich auf Smoker los. Okay. So. 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 zurück. Ah ja stimmt, Ace ist ja auch da. Wobei er wäre eigentlich nur vorher da gewesen. Aber voll vergessen, dass Ace ja auch in einer Alba-Ster-Jahre mal kurz vorkam. Okay. Ne, 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 ne. Ihr kennt mich mal. Schatzereignis. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah. 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 Ich denke, dass ich den Kuss gewöhnen kann. Ich kann mich nicht mehr so gut ausprobieren. Ich denke, dass ich mein Werkzeuge nicht mehr kann. Es ist gut. Ich habe noch nie gewusst. Du hast keine Reise mehr. Ich bin einst zu viel. Ich bin einst zu einem Wettbewerb. Ich bin einst zu viel. Ich bin doch nicht am Atomikspart. So, Tora hat Mr. One besiegt. Okay, dann gehen wir mal rüber. Da drüben ist ja auch noch was. Tashiki ist bei Miss Orsander aufgetaucht. Wo ist Sanchi? Kapia, girl. Ach, der ist da hinten. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So, jetzt, jetzt. Na, das ging doch eigentlich ganz gut jetzt. Ja. Sorry Leute, ich wurde gerade gerufen. Deswegen habe ich kurz mal kurz das Mikrofon ausgemacht, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt Zeit haben. Jetzt ist es Zeit. Hey, Schmack! Hey, Schmack! Bist du? Guck mal! 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 Ich glaube, ich habe mich nicht mehr, aber ich kann nicht mehr, wie sie ja auch irgendwie einfügen. Guck mal! Wie ist der Fall? Das ist der Fall der Welt, der der Königin. Ich habe ja nicht gewonnen! Das ist der Fall! Ich glaube, das ist auch ich. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Aber es ist eine große Herausforderung. 5 Kilometer Meter ist ein ganzes Wettbewerb. Ich glaube, es ist ein bisschen zu sehen. Sollte... Fuh, Fuh. Okay, ich werde nach dem Fragen stellen. Wo gibt es die Honeglyph? Honeglyph? Das ist dann, dass es in der Kurse-Siehren. Ich habe es schon gelernt. So schnell, in der Hohenbäck! Wer hat diese Honeglyph? Wer hat das gemacht? Du bist nur ein Mensch, oder? Du bist nur ein Mensch, oder? Nein! Ich bin der König der Welt. Ich werde mich noch immer wiederholen. Ich werde mich immer wiederholen. Pass, Baby. Okay. Du hast gesagt, was du? Ah, Namio und Chopper sind wieder zurück. Okay, das Tutorial ist auch unsers. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wie erwartet von Ruffy's Bande. Okay. Ich siege Barock-Firme und finde Kanu... Was? Den Kanu Nio? Okay. Dann beeile ich mich mal, hä? Krokodil greift ganz arbane mit dem Sandsturm an. Okay. Ach, jetzt ist die Marine auch wieder da. Okay. Okay. dreckstanzsturm so da ist der kanonier ok, das Tutorial ist auch unseres passt und jetzt kommen wir hier hin so Das ist ein Poneglyph, Niko-Robin. Das ist ein Poneglyph, Niko-Robin. Es ist ein Poneglyph, Niko-Robin. Ich habe nur das Poneglyph. Nichts. Das ist die Geschichte, Niko-Robin. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich zu sagen. Das stimmt. Du bist ein guter Partner. Du bist ein guter Partner. Aber ich werde es hier verletzen. Wenn du dich in einem Ort, wenn du dich in der Koneglyph, wenn du dich in der Koneglyph, Das war so. Aber in der letzten Zeit, du hast die Strecke verletzt. Der Ponegryph des Polenbriefs ist nur die Handwerks-Pryton. Du bist so. Ich denke, du bist so. Dann helfen wir schnell Niko Robin. Das ist auch das erste Mal, dass ich kaum noch Leben habe. Also nicht mehr viel Leben. Das ging die ganze Zeit noch nicht so. Und das obwohl ich auch schwer spiele. Hallo, Crocodile. Geht der mir auf die Eile. So, mach deine Attacke. Äh, oder dein Aufpuchter. So, Heilung haben wir jetzt auch. Waaah. Das war knapp. Ach, immer diese scheiß Lobierfrucht. Die Marine nimmt jetzt meine ganzen Tertorium ein, gell? Mistfächer. Oh, yes it. Jetzt muss man eine Attacke machen. Komm. Jetzt. Mach einen Abgang, Crocodile. Auf Nimmerwiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht leichter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, was kommt denn jetzt? Bellamy, wow, mein Kopfgeld ist 400 Millionen Barry Okay, was kommt jetzt? Der ist 100 Millionen wert Ah, das kommt jetzt, jetzt kommt der Bellamy und dann kommt Skype, ja, okay Ja, Leute Ich werde im nächsten Part werde ich die Cutscene euch zeigen noch, die wo mit Sanji fällt Ich mache das jetzt hier privat noch Und dann fange ich bei der nächsten Part mit der Cutscene an Und ja Und dann machen wir die gegen Bellamy Bellamy ist ja jetzt nur diesmal reingefügt worden weil es sich gelohnt hat weil er in Dressrosa ja auch nochmal kommt Ansonsten hätten sie ihn bestimmt nicht eingefügt da Bellamy eigentlich eher so viel zu kurz eigentlich vorkommt Okay Ich muss sowieso noch einiges machen hier Das kratzt mich immer noch an Wieso hat das mit Lissab hier nicht geklappt? Ähm, ja Aber es ist nicht so schlimm Ich lasse mir ein paar Sachen offen dass ich mit Abonnenten im Livestream mal zocken kann Apropos Livestream Ich werde am Sonntagabend einen machen aber ich werde dafür noch ein extra Video machen Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss Tschüss Tschüss